Ich habe eine weitere Frage an Black Lives Matter. Ist es gerechtfertigt Häuser und Autos von unschuldigen Menschen zwecks Kampf gegen vermeintlichen Rassismus anzuzünden und zu zerstören? Da ich ja völlig verblödet bin, stelle ich diese Frage an die hochintelligenten, vermeintlichen Antirassisten. Ihr könnt es mir in den Kommentaren gerne so richtig besorgen wenn ihr wollt und mich mit eurer moralischen Überlegenheit vernichtend schlagen.